Seit 15 Jahren ist er einer der erfolgreichsten Schauspielcoaches Deutschlands, hat deutsche Kinogrößen wie Elias M. Barek und Jessica Schwarz gecoacht und sitzt heute neben mir. Herzlich willkommen, Matthias Bayer. Danke. Schön, dass du hier bist. Du coacht auch unsere Teilnehmer. Das heißt, bei dir ist ja unglaublich eine riesige Palette mit dabei von absoluten Vollprofis, die man aus dem Kino kennt, aus dem Fernsehen und jetzt wie bei uns zum Beispiel Leuten, die teilweise noch gar nichts zu tun hatten mit dem Thema Schauspiel. Wie ist das für dich, das zu sehen, diese zwei Welten? Wie ist das für mich zu sehen? Es sind ja alles Menschen. Es sind alles Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Erfahrungen im Leben und Erfahrungen beim Drehen oder im Schauspielen. Aber ich setze ja immer beim Menschen an und dann schaue ich einfach, was bringt mir der Mensch mit, was bringt der für Talente mit, was bringt der für Gaben mit und dann schaue ich mal weiter. Das heißt, du hast selber angefangen als kompletter Querensteller damals oder wie war das bei dir? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ich war ja schon im Schultheater und dann habe ich bei einem Kinofilm mitgespielt mit Franka Potente und hatte da auch wirklich von Tut und Blasen keine Ahnung. Mit Axel Mielberg war das, Tatort Kiel ist der. Genau, ganz toller Schauspieler. Und da war ich selber noch total eingeschüchtert irgendwie. Das war total aufregend. Und danach habe ich gleich weiter gedreht und bin dann im privaten Schauspielunterricht gegangen, bin dann auf eine halbstaatliche Schule gegangen, fand ich nicht so gut. Nach einem halben Jahr bin ich da wieder weggegangen und habe dann weiter gedreht, habe dann eine Daily Soap gedreht und habe wahnsinnig viele Drehtage gehabt. Ja, und dadurch war das so ein bisschen Learning by Doing. Und wolltest du immer Schauspieler werden oder wie war das bei dir? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der dritten Klasse in der Grundschule mussten wir unseren Beruf malen, den wir gerne hätten. Und ich weiß doch, dass ich mich da als Prinz auf der Bühne gemeint habe. Jetzt weiß ich nicht, wollte ich Prinz werden oder wollte ich Schauspieler werden? Und ich glaube, ich wollte auf jeden Fall einfach gesehen werden. Und deswegen ist Schauspiel da das Beste dafür, weil man natürlich ein Prinz auf der Bühne sein kann. Also ich bin kein echter Prinz, aber auf der Bühne konnte ich es dann sein. Davon hatten wir es gestern. Also wir haben quasi auch darüber geredet, was ist eigentlich Schauspiel? Wann tue ich nur so, als wäre ich etwas? Und das heißt, du hast dann wirklich gemerkt, damit will ich auch mein Geld verdienen? Oder wie kam es dann dazu? Weil im Endeffekt für viele ist ja Schauspiel nur so ein Hobby. Also mit Geld verdienen, darum ging es mir eigentlich erst mal gar nicht. Sondern ich wusste, ich wollte einfach nur spielen. Ich wollte einfach nur meine Fantasie irgendwie ausleben. Ich wollte einfach Spaß dabei haben. Das war eigentlich so der Grund. Und dann habe ich auch gemerkt, dass man Geld damit verdienen kann. Und das fand ich natürlich super, klar. Und ja, ich finde, dass für Schauspieler eigentlich Geld immer als die zweite Rolle spielen soll. Das sage ich jetzt nicht offiziell, weil ich sage immer, zu Schauspielern und meinen Klientinnen spielen niemals ohne Geld. Damit das einfach wertgeschätzt wird. Ja, dumm. Und die ganzen Schauspielstudenten und so sagen, ah, ich will nur spielen, ich will nur spielen. Und dann werden sie total ausgenutzt. Aber ich habe dann erst entdeckt, wow, ich verdiene da richtig viel Geld damit. Ja, tatsächlich. Und wann hast du den Switch gemacht, das Ganze zu einem richtigen Beruf zu machen? Warst du vorher nie nebenbei angestellt oder wie war das bei dir? Naja, ich habe halt einfach rumgejobbt als junger Mann mit 20 oder mit 18. Ich habe gekellnert, ich habe auf Messen gearbeitet. Ich war irgendwie, alles Mögliche habe ich gemacht. Und habe einfach immer Schauspiel verfolgt, einfach mit privatem Unterricht und einfach mit Studium oder mich auf Schauspielschulen beworben. Und ja. Und warst du dann eher auch so im Theater oder hast du eher so auch vor der Kamera gespielt? Ich war immer mehr Film, Fernsehen. Also Theater kannte ich nur so von der Schule noch, so Schultheater. Und dann habe ich schon mal in Boulevardtheatern gespielt oder für Stückverträge habe ich mal was gemacht. Also für private Theater. Finde ich lustig, macht mir auch Spaß. Aber ich war immer schon mehr Film, Fernsehmensch. Okay, und warum? Weil ich mag das einfach am Set zu sein. Das ist wirklich wie so eine Familie, wie eine Ersatzfamilie so ein bisschen. Und dann ist einfach das Schauspiel so ein bisschen intimer. Also jetzt nicht missverstehen, sondern intimer. Das ist einfach eine persönlichere Sache. Das ist emotionaler. Es ist näher an einem dran irgendwie. Und ich mochte es immer schon so, zusammen in einem Team zu drehen. Das ist wirklich, man geht zusammen so auf eine Abenteuerreise. Das mochte ich immer. Weil so ein Theater, das sind so die ganzen Strukturen und so. Das gefällt mir nicht so. Und man ist da nur im Dunkeln, aber beim Drehen ist man draußen auf der Straße oder wirklich in echten Gebäuden, in echten Wohnungen und so. Und das hat mir immer gefallen. Was war da so ein Erlebnis, wo du sagst, das war richtig krass? Da gibt es wahrscheinlich einige. Ja. Also ich weiß, dass ich jetzt dann doch wieder Bühne. Ich habe mal einen Werbespot gemacht für europäischen Film. Und da war ich auf dem Residenztheater in der Bühne, auf der Bühne gestanden. Und das war einfach mal gigantisch, auf dieser riesigen Bühne zu stehen, vor diesem riesigen Saal, der leer war. Das gehörte so dazu. Das hat mir wahnsinnig gefallen. Was fand ich noch krass? Puh, Erinnerungen. Was für Design? Gar nicht so viel. Das fand ich wirklich krass. Was fand ich irre. Was hat dir... Ja, ich glaube, ich fand immer eigentlich alles toll, wo wirklich was mit den SpielpartnerInnen passiert ist. Also wo das einfach wirklich, dass man total das Umfeld vergessen hat, dass man wirklich total in der Szene war und dass man zusammen wirklich echt richtig gespielt hat. Und das ist, glaube ich, immer die Intensität. Und es ist völlig egal, ob das dann ein Star ist oder jemand, der nicht bekannt ist oder so, sondern dass man einfach wirklich toll zusammen spielt und wirklich toll eine Geschichte erzählt. Und das ist wie echt. So, das finde ich immer am besten. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass Schauspieler, wenn die sich besonders krass in eine Szene reinversetzen, so wie du es gerade eben gesagt hast, dass die teilweise auch hängen bleiben bei sowas. Ja, 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 leider. Also das gibt es so, dieses sogenannte Method Acting, so das alte Method Acting, dass die Leute sich da so total emotional, psychisch und physisch irgendwie reinarbeiten und so. Und ich merke es auch bei manchen jetzigen Schauspielern und auch bei Klienten, die ich dann erst später bekommen habe, dass da wirklich was von den Rollen hängen geblieben ist. Also man nimmt wirklich was immer von der Rolle mit. Also ich meine, ich finde das positiv, wenn man was lernt von der Rolle. Und wenn man sagt so, boah, da entdecke ich jetzt eine Facette an mir, die kann ich mit ins Leben nehmen. Das ist ein Verhalten, wow, das nützt mir was im Leben. Aber wenn man so wirklich hängen bleibt und dann noch das nicht wirklich los wird beim Drehen und wenn man sich nicht bewusst trennen kann von der Rolle, dann kann einen das wirklich kaputt machen. Das ist nicht lustig. Also ich merke das so noch so in den 90er und Nullerjahren und so weiter. Da haben auch junge Leute dann wirklich krasse Rollen gespielt, aber die kamen nie davon runter. Also die Regisseure haben sie reingebracht, aber nicht rausgeholt. Und das ist gefährlich, weil da macht die Psyche was mit einem. Und das wird dann irgendwie destruktiv. Da muss man echt aufpassen. Und deswegen bin ich halt nicht so für Emotional Memory oder für Retraumatisierung, sondern dass man wirklich trennt so, ich spiele das jetzt. Das finde ich total wichtig. Also ich finde, hängenbleiben in einer Rolle, dass man natürlich eine Verhaltensweise lernt, das immer mal wieder benutzen kann, finde ich gut, finde ich praktisch. Aber man muss wirklich wissen, wer bin ich privat, was bin ich privat und wann bin ich in der Rolle. Also im Endeffekt ist ja aber dann die private Person auch wie eine Rolle eigentlich, oder? Ja, natürlich. Ich sage ja immer, wir spielen alle Rollen in unserem Leben. Also du spielst die Rolle als Patrick Katrau, als der große Unternehmenschef. Wenn ich was dazu sagen darf, ich bin ja zum Beispiel jetzt auch vor der Kamera hier natürlich immer so. Ja, das ist auch eine Rolle. Neben mir sitzt der Matthias Bayer, genau, das ist ja auch so diese Interviewer-Rolle. Und gleich, wenn wir hier alleine da einen Kaffee trinken oder so, dann frage ich ihn 20 Mal, was er haben will, was er trinken will. Und heute Abend sind wir Sushi-Essen bei mir auf der Terrasse und dann bin ich auch nochmal anders. Ja, natürlich. Ja, und ich meine, ich spiele ja auch die Rolle als Coach. Also wir haben ja alle von der Gesellschaft oder auch von unseren Freunden gegenüber eine Rolle. Oder wenn wir ehrlich sind, ist es auch so, dass wir unserem Partner gegenüber eine Rolle spielen. Ja, also wenn wir wirklich ganz allein sind, ist es nochmal was anderes. Und weil wir uns ja wirklich schon irgendwie angleichen oder auch manipulieren natürlich. Und natürlich, mit welchem Verhalten kommen wir gut weiter. Also wir spielen alle eine Rolle. Der Mensch an sich ist ein Schauspieler, ja. Ja, ist wirklich so, ne? Deswegen kann auch im Grunde jeder das lernen, oder? Ja, weil jeder einfach die Anlage dazu hat. Man muss sich nur bewusst werden darüber, wann spiele ich. Ja, das ist mega. Weil im Endeffekt ist ja genau das bei uns auch so die Devise. Also wir qualifizieren natürlich auch aus, ne? Also wer passt in das Ganze rein? Wer hat auch die Möglichkeiten dazu? Aber wir geben auch jedem eine Chance. Und das ist das Besondere an Matthias. Der ist einfach wirklich, du bist total nah am Menschen. Du respektierst jeden. Und du glaubst auch daran, dass es jeder lernen kann. Ja. Weil ich habe ja auch ganz viel zu tun gehabt mit anderen Schauspielcoaches, mit anderen Leuten, die vielleicht auch nur so Stimmtherapie machen oder so. Und die reden dann von Talent. Und die Leute sind irgendwie, keine Ahnung, wenn man nie was gemacht hat in die Richtung, dann hätte man keine Chance und wäre talentlos und so. Und das ist halt super wichtig zu verstehen, dass jeder das ja lernen kann. Ja. Also bereits kann. Also man lernt das ja bereits als Kind. Also wir haben alle als Kinder gespielt und nichts anderes ist Schauspiel. Wir konnten das alle. Bloß ist es dann so, dass die Gesellschaft uns natürlich oder die Entwicklung, die Sozialisation uns natürlich in feste Rollen reindrückt, von denen wir vielleicht nicht mehr runterkommen. Ja. Also dass wir irgendwie so der brave Angestellte sind oder wir dürfen ja gar nicht aus uns rauskommen oder von den Eltern kriegt man auch sowas mit. Und davon muss man sich wieder befreien, um sich wieder frei zu machen, um spielen zu können. Ja. Und was natürlich im Weg ist immer, sage ich, ist das Ego. Also ich finde das Ego total wichtig zum Überleben. Also jeder braucht ein starkes Ego, um sich durchzusetzen im Leben. Das finde ich ganz wichtig. Also ich bin nicht gegen Ego. Aber ich merke, oder ich weiß, dass ein Schauspieler sich ein bisschen vom Ego trennen muss, dass man sagt, ich bin jetzt voll die Rolle. Ich gebe mich voll der Rolle. Und die Rolle hat ein Ego, aber es ist nicht mein Ego. Und da merke ich, da unterscheidet sich dann das sogenannte Talent. Also wie frei sind Menschen im Kopf? Wie frei können sie sich machen von, ja, aber ich fühle mich jetzt doof oder ich brauche jetzt die Aufmerksamkeit oder ich muss jetzt irgendwie ich, 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 ich. Sondern sagt, nee, ich gebe wirklich mich und meine Persönlichkeit, mein Instrument jetzt einer Rolle. Und wenn ich da merke, dass, dass die Leute noch zu sehr im Kopf sind, zu Ego behaftet sind und so, oh nee, was denken dann die Leute, ah, wie ist das dann so, oh nee, das mache ich nicht. Und so, das, das steht dann im Talent im Weg. Das heißt, man muss ja quasi so zwei Mindsets gleichzeitig haben. Auf der einen Seite brauchst du dieses, dieses Ego. Auf der anderen Seite musst du es dann aber auch irgendwo reinfließen lassen können. Ego frei. Fast schon, ne? Also nicht nur zwei Mindsets, Patrick, sondern drei. Ich sage, man braucht wirklich, wenn man ans Set geht, braucht man drei Mindsets. Man geht da wirklich in einer multiplen Persönlichkeit ans Set. Also ich sage einmal, als private Person. Also wenn man dreht und arbeitet als Schauspieler und da sage ich, das geht niemandem was an. Aber man muss natürlich mit sich selber im Kontakt sein. Wer bin ich privat? Das ist das eine. Das nächste ist natürlich die Rolle. Man hat natürlich die andere Persönlichkeit der Rolle. Dass man sagt so, ich bin jetzt der James Bond oder so. Man hat diese Rolle. Das ist die zweite Persönlichkeit. Und die dritte Persönlichkeit ist die Set-Persönlichkeit. Weil da sind dann natürlich ganz viele Leute, sind, was weiß ich, zwischen 10 und 100 Leuten irgendwie am Set. Und da ist man zu mir, hey, hallo, ja, wie geht's? Ah, danke für den Kaffee. Und dann muss man ja auch noch nett sein. Also man schwankt da zwischen mehreren Persönlichkeiten. Man muss sich halt einfach bewusst einsetzen können. Du redest so darüber, als hättest du dich ganz schön stark damit auseinandergesetzt, ne? Ja, ich war selber 25 Jahre lang Schauspieler und ich bin jetzt Schauspiel-Coach, natürlich. Ja, und würdest du aber sagen, weil für mich klingt das ja jetzt trotzdem so ein bisschen auch spirituell logischerweise, ne? Dass man sich auch mit sich selber so ins Reine kommen muss, dass man sich selber auch nicht so ernst nehmen darf, ne? Und das auch zulassen muss, in solche Rollen irgendwie reinzukommen. Das ist ja mehr als nur, hey, ich lerne jetzt irgendwie, wie ich laut in die Menge reinspreche, im Theater zum Beispiel. Haben damit viele Schauspieler Probleme? Womit? In dieses Spirituelle mit sich selbst ins Reine zu kommen. Ja, das ist ja was, wirklich, sag ich mal, eine, Gott sei Dank, eine neue Entwicklung, die eigentlich ja ganz alt ist. Dass man sagt, also das Wichtigste ist das Spirituelle, dass man mit sich selber im Reinen ist, dass man sich selber kennenlernt, dass man weiß, dass man wirklich in einem großen Ganzen ist und dass man da nur ein ganz kleiner Teil davon ist. Und dass man einfach nur das tun kann, was man tun kann. Dass man einfach gut ist zu der Welt, dass man gut ist mit sich. Also das sollte man einfach grundsätzlich sowieso lernen. Das ist in unserer Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen, leider. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass die Leute mit sich im Reinen sind, sich selber akzeptieren, wie sie sind, sich selber kennen, wie sie sind und versuchen einfach, das Beste der Welt zu geben. Das ist, was ich jedem Menschen, also egal, ob es Schauspieler ist oder nicht, was ich jedem Menschen wünsche und worauf jetzt immer mehr Menschen auch kommen, was ich gut finde. Und dass aber SchauspielerInnen, man muss ja gendern oder man kann, SchauspielerInnen, dass die jetzt auch langsam draufkommen, finde ich wahnsinnig wichtig, weil das sind ja immer so Galleonsfiguren der Gesellschaft, also die auch Vorbilder sind für die Gesellschaft. Und wenn die einen geklärten Mindset haben, wenn die mit sich klar sind und wenn die mit sich im Reinen sind, dann sind das auch gute Vorbilder. Also da können viele Menschen sich da ein Beispiel auch dran nehmen und wollen sich daran auch ein Beispiel nehmen. Also das finde ich schon ganz wichtig, dass Schauspieler privat einfach gute Menschen sind oder dass es privat einfach Menschen sind, die ja, also ein Zugewinn sind für die Welt, wie es jeder sein sollte. Auf jeden Fall und gerade auch Schauspieler setzen sich ja offensichtlich dann auch sehr mit sich selber auch auseinander und würdest du sagen, dass das einen emotional stärker macht, Schauspieler zu sein? Weil dadurch, dass man ja Emotionen quasi wählen kann. Ja, also definitiv. Es macht einen definitiv emotional stärker, wenn man ein Schauspiel lernt oder wenn man sich ein Schauspiel ausprobiert. Man muss es ja nicht zum Beruf machen. Man kann ja auch einfach nur im Dorftheater spielen oder in einer Volkshochschul-Schauspielgruppe oder so, dass man einfach Zugang zu seinen Emotionen hat und dass man die mal rauslässt. Weil dass man Emotionen einfach mal rauslässt und es wirklich mal ausagiert, das ist ja auch reinigend irgendwie für das System. Also das war eben das Tolle für mich, als ich dann meine erste Mentorin eben in Los Angeles getroffen habe, Susan Betzen. Das war die erste, die mir einen Zugang wirklich zu meinen Gefühlen gelegt hat und ich die wirklich mal rauslassen konnte. Dann ging es mir einfach besser. Es ging mir einfach besser, dass man das mal manifestieren kann, freilassen kann. Ja, das ist irgendwie ganz wichtig und das macht einen stärker, weil man dann weiß, boah, ich habe total eine emotionale Kraft, ich habe eine totale Power und die kann ich auch einsetzen. Das macht ein Selbstbewusstsein, ja. Mega, das ist ultra spannend, was alles dahinter steckt. Jetzt gucken natürlich viele Leute zu, die sind gerade auch bei unserem Thema Sprecher. Auch da ist Schauspiel logischerweise super wichtig, weil du hast natürlich jetzt nicht nur eine Werbung, wo du jetzt für einen Joghurt sprichst oder so, sondern du spielst natürlich auch mal eine Rolle in einem Hörbuch, du spielst eine Rolle in einem Hörspiel. Du musst 20 Leute in den nächsten 100 Seiten irgendwie verkörpern. Was macht gutes Schauspiel aus oder wie wird man ein guter Schauspieler? Also das ist eine sehr große Frage. Es ist immer abhängig von der Rolle. Es ist immer abhängig von der Rolle und für was ist es. Also man muss immer sich bewusst werden, ja, stehe ich jetzt auf der Bühne im Staatstheater oder mache ich jetzt einen Kinofilm, der international vermarktet wird oder mache ich jetzt Daily Soap oder mache ich Scripted Reality. Man muss wissen, für was es ist. Und deswegen schaue ich mir das an, okay, was ist das für ein Buch, für was ein Sprecher spricht oder was sind das für Rollen. Und es ist ja nicht so, dass man als Sprecher jetzt wie ein Schauspieler, der ja gesehen wird, also da total 100% oder auf jeden Fall mehrheitlich in die Rolle schlüpfen muss und dann auch diese Körperposition annimmt, das Verhalten annimmt, die ganze Mimik annimmt und so weiter. Das muss ja nicht 100% so sein bei Sprechern, weil da geht es ja letztendlich nur um die Stimme, weil sie ja nicht gesehen werden. Also einen Schauspieler, den sieht man ja überall. Deswegen muss man sich einfach fragen als Sprecher, was ist es, was meine Stimme oder was mein System, also mein Körper, weil die Stimme ist ein Teil des Körpers, was bringt das in diese Frequenz? Was bringt das in dieses Umfeld? Wie komme ich da rein? Wie kann ich mich da reinversetzen, ohne dass ich da was künstlich draufsetze und es einfach nur so verstelle, weil das hört man. Wenn es einfach nur verstellt ist, das hört man. Aber dass man sagt, ich nehme wirklich was Echtes mit, ich nehme wirklich einen echten Teil von mir und den gebe ich dann in die Stimme rein. Darum geht es eigentlich. Ja, jetzt hatten wir gerade eben nochmal kurz darüber geredet, dieser Unterschied zwischen dem ich tue so, als wäre ich eine Rolle und ich bin diese Rolle. Und vorhin habe ich gefragt, hey, bleiben Leute nicht auch teilweise hängen an solchen Rollen? Und dann kam ein Begriff, das hat mich auch noch interessiert, was das bedeutet, Retraumatisierung. Was hältst du damit aus? Ja, die Retraumatisierung ist, es gibt ja diesen Parameter Emotional Memory, dass man einfach zurückgeht in seinem Leben. Also wann wurde ich geschlagen? Wann war ich total unglücklich verliebt? Was war das größte Problem mit meinem Vater, mit meiner Mutter? Wann habe ich gedacht, ich sterbe und so weiter. Das sind natürlich unangenehme Emotionen, in die man da zurückgeht. Und da triggert man natürlich Erinnerungen. Und die Erinnerungen machen ja was mit dem Körper. Das soll ja genau so sein für Schauspiel, damit man das authentisch wiedergibt im Spiel. Und ja, was war die Frage? Wie das ist, wenn diese Leute quasi in dieses Schauspiel reinkommen und diese Rolle verkörpern, was die Retraumatisierung quasi ist. Aber du hast es ja schon gut erklärt. Ja, die Retraumatisierung ist, dass da quasi die Erinnerungen, die in einem ja irgendwo ruhen, wieder getriggert werden und wieder lebendig gemacht werden. Was für Schauspiel gut ist, weil das natürlich total authentisch ist. Nur ist der Körper dann unter Stress. Ja, dann sagst du, oh Gott. Und weil der Körper glaubt ja wirklich, oh Gott, ich sterbe jetzt gleich. Oder oh Gott, ich werde geschlagen. Oh Gott, ich werde bedroht. Und da muss man eben, sag ich mal, ein Cleaning machen. Ein geistiges, spirituelles Cleaning, dass man sich davon befreit. Und deswegen, sag ich, ist die Spiritualität im Schauspiel so wichtig. Sagt, meditiert einfach danach. Also resetet den Körper, den Body und den Mind und die Seele wieder auf Null. Sagt einfach, das war alles Spiel, es ist alles vorbei. Und jetzt machen wir eine Meditation und dann ist wieder alles gut. Gut, deswegen habe ich ja auch selber diese Technik entwickelt, die Avatar-Technik, wo ich mega stolz drauf bin, weil man wirklich zu 100% in eine Rolle reinschlüpft, wie in einen Tauchanzug und sich dann so dementsprechend auch bewegt und auch so spricht ganz anders und ganz andere Augen hat. Aber das ist ein bewusster Prozess, dass man reingeht und dass man danach auch wieder bewusst rausgeht. Und was auch immer die Rolle im Avatar erlebt hat, das wird dich nicht berühren. Das ist nicht in deinem Körper fest. Das heißt, du wirst nicht retraumatisiert. Das heißt, du schlüpst rein in die Rolle und wenn du wieder raus bist, ist alles vergessen, ist alles weg. Was hat es mit dieser Avatar-Avatar-Avatar-Avatar-Technik ist, also eine Technik, die ich entwickelt habe, ist, dass man wirklich, sag ich mal, ins Semi-Unterbewusstsein geht. Also man fährt mit einem Aufzug zehn Stockwerke abwärts und dann, sag ich, beschreib deinen Traumort, dein Traumhaus, deine Traumwohnung, es ist absolut unabhängig von Geld, von Logistik. Also man kann auch ein New Yorker Penthouse in Namibia machen, wenn man möchte. Und dann gehen wir zusammen in das Haus und es wird mir genau beschrieben, wie sieht das aus. Es hat nur eine Bedingung, es muss ein Schauspielstudio haben. Und in diesem Schauspielstudio lassen wir den Avatar, also die Rolle, die wir spielen wollen, lassen wir erscheinen. Durch irgendwelche ganz unterschiedlichen Techniken. Die einen ziehen den aus der Schublade raus, die anderen holen den aus dem Schrank. Bei den anderen ist es ein magisches Licht oder ein Stroposkop, wo der erscheint. Und dann beobachten wir den Avatar, schauen uns den an und irgendwann geht der Schauspieler, der Schauspieler ganz nah an den Avatar ran und sag ich so, jetzt schlüpfe rein. Wo ist die Pforte? Wo kannst du reinschlüpfen? Und dann machen die wirklich einen Schritt vorwärts in die Rolle und verbinden sich mit dem Körper. Weil der Avatar ist nur Körper und Geist, die Seele ist der Schauspieler. Aber der Avatar ist nur Körper und Geist, ich sag mal wie ein Taucheranzug. Und dann schlüpft man rein und das macht was mit einem. Man spricht dann irgendwie anders, der Stimmt ist anders. Und dann fängt man an sich da zu bewegen, fängt an die Stimme rauszufinden, fängt an den Blick rauszufinden und dann unterhalte ich mich mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin über, ja, als wäre sie die Rolle. Dann sage ich, ja, hallo, ich bin Psychotherapeut und ich mache jetzt hier Controlling, bin irgendwie so, wie sind sie hier? Wenn das eine historische Rolle ist, dann sind die so, boah, boah, was ist das so krass? Also die ganzen Lichter hier und Fernsehen, was ist das? Und so reden wir dann miteinander in der Rolle. Wir machen so ein Charakterinterview quasi. Und dann ist der Schauspieler, hat sich verbunden mit der Rolle und ist es auch gewohnt und kann über Bodypoints die auch wieder herholen ganz schnell. Dass er sagt, okay, wo spüre ich die Rolle am stärksten? Spüre ich die in den Schultern am stärksten? Spüre ich den Bauch am stärksten, in den Beinen? Und das sind die Bodypoints. Und dann lösen wir irgendwann die Bodypoints auf und der Schauspieler geht wieder raus aus der Rolle. Und dann fahren wir, gehen wir aus dem Haus raus, sind sehen wir unter Bewusstsein, fahren den Aufzug hoch und dann machen wir die Augen auf, sind wieder hier und ist alles weg. Das ist ja deutlich tiefgreifender, dieses ganze Schauspielthema, wie du es gerade beschreibst, als die meisten denken. Ja, es ist eine Wissenschaft. Es ist eine Wissenschaft. Und es klang ja jetzt auch gerade logischerweise, und das ist es ja auch, meditativ, spirituell, esoterisch würden manche sagen. Nein, nicht esoterisch, da bin ich immer ganz dagegen. Weil Esoteriker, das ist wirklich immer ganz, ganz fies. Esoteriker sind irgendwelche fadenscheinigen Sachen, denen geht es nur um Geld oder nur um Macht, keine Ahnung. Und das Spirituelle ist schon so, dass man sich wirklich auf das, was ist, also auf die Natur oder das Göttliche, was auch immer das ist, bezieht. Also das Spirituelle ist einfach auch eine Wissenschaft, die Jahrtausende alt ist. Und da verbinden sich ja alle Weltreligionen. Ich persönlich bin ja gegen alle Religionen, weil ich finde das Quatsch. Aber es gibt etwas, was alle Religionen gemeinsam haben. Und das ist eben die Spiritualität. Weil es gibt definitiv etwas, was größer ist als wir. Es gibt etwas, was wir nicht verstehen. Definitiv. Keiner weiß, keiner weiß, wie es nach dem Tod weitergeht. Aber irgendwie geht es weiter. Wir wissen nicht wie. Lassen wir uns überraschen. Und dafür gibt es halt ein paar logische Systeme. Wiedergeburt vielleicht. Kann sein. Ich kann es nicht beweisen, aber ich kann es auch nicht widerlegen. Und deswegen ist halt die Spiritualität an sich einfach wichtig, dass man in Verbindung ist mit sich und mit der ganzen Schöpfung. Und deswegen sage ich auch immer bewusst spirituell und nicht esoterisch. Weil Esoteriker wollen einem nur was verkaufen. Ja, das ist gut, dass du das nochmal klarstellst. Aber genau diese Spiritualität, ist das nicht schwer für manche zu verstehen, dass das zum Schauspiel mit dazugehört? Es ist eigentlich im Prozess der Schauspielarbeit nicht schwer zu verstehen. Weil man auf einmal merkt, ich bin ja irgendwie persönlich gemeint. Uff, was bin ich denn persönlich? Ich bin ein Mensch. Uff, was heißt es, Mensch zu sein? Was heißt es, einen Geist zu haben? Was heißt es, eine Seele zu haben? Was treibt mich eigentlich an? Also es ist eigentlich begleitend dazu. Es ist, je näher man sich selber, also seinem Instrument kommt oder je näher man der Rolle kommt, umso mehr stellt man sich ja grundsätzliche Existenzfragen. Also hamlet, sein oder nicht sein? Es sind grundsätzliche Existenzfragen, die sich jeder Schauspieler stellen muss. In die Rolle, in der Rolle, für die Rolle oder auch sich selber. Und das bringt einen zwangsläufig zu der Spiritualität, dass man sagt, um was geht es eigentlich? Mega. Jetzt hast du ja auch ganz viel gesprochen von der Schauspielarbeit. Wie ist das, mit den Kunden zusammenzuarbeiten? Mit den Klienten zusammenzuarbeiten. Wie ist das, in die Rollen reinzuschlüpfen, da wieder rauszukommen? Wie kam bei dir der Switch vom Schauspieler hin zum Coach? Das ist ganz einfach erklärt. Ich bin ja damals, wie gesagt, zu meiner ersten Mentorin nach New York, weil es lief damals ein Kurzfilm von mir auf dem Los Angeles Filmfestival in Hollywood. Und dann habe ich gesehen, da gibt es parallel Workshops mit Susan Betzen. Ich habe Susan Betzen schon mal gehört, die ist so die neue Koryphäe, die ist mega, die ist auch immer noch eine Koryphäe. Ja, da mache ich doch mal mit. Und dann bin ich da in ihre Schule gegangen und bei der zweiten Stunde war auch sie da. Und sie hat mir dann die Technik beigebracht und dann habe ich gesagt, okay, das ist es. Das möchte ich machen. Und dann war ich danach noch in New York, habe zwei Jahre bei ihr studiert. Und dann auf einmal ging es halt los in Deutschland, dass die KollegInnen gesagt haben, hey Bayer, Bayer, du hast in New York studiert, willst du nicht mal erzählen? Wie war denn das so? Was ist Message Acting so? Und dann fing es immer mehr so an, dass die Leute mich immer mehr gefragt haben. Also zu diesem Thema, was Susan Betzen dir dann quasi auch beigebracht hat. Warum war das so innovativ? Das war überhaupt nicht innovativ. Das ist einfach die gute alte Schule. Es gab natürlich in Deutschland schon immer eine Schauspielkultur, also vor allem im 18. Jahrhundert in Meiningen, sag ich mal, Pi über Daumen, das war die Kraftschaft Meiningen. Dort wurde am Hof wirklich Schauspiel schon sehr weit zelebriert und sehr weit kultiviert. Dann war natürlich auch im Zarenhof in Russland das Schauspiel ganz groß und wurde wirklich gefördert und war der eigene Wissenschaft und dann eigene Kunstform. Und dann hat natürlich Stanislavski Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, dort wirklich seine eigene, also auf eigene Kosten, seine eigene Schule quasi gegründet und dort wirklich weiter geforscht an Schauspielern. Er hat eigentlich alles Wissen von allen Schauspielern zusammengetragen, hat alle interviewt, wie kommt ihr zu den Rollen? Und hat da so seine Methode daraus entwickelt, die quasi ein Sammelsurium aus allen Methoden ist, die es bis zu diesem Zeitpunkt gab. Damit ist er dann auch international gegangen, was heißt gar nicht so viel, gar nicht so oft, einmal nach New York. Und da waren natürlich die Amerikaner völlig platt, die natürlich nur Boulevardstücke gemacht haben und hauptsache möglichst viel schnell Geld und Performance so nach vorne. Und auf einmal haben sie merkt, wie man kann zum Rücken irgendwie zum Publikum stehen. Man kann einfach nur ein Mensch sein auf der Bühne, ist ja irre. Und da haben die sich das natürlich, da blieben zwei Schauspieler von Stanislavskis Truppe da und haben da ein Studio gebildet. Also da hat eine Schauspielgruppe gemacht. Und da kamen immer mehr Amerikaner dazu und da hat sich das sogenannte Method Acting auch in Amerika entwickelt. Und dann hat man natürlich nicht mehr so viel gehört von Stanislavski, der hat dann seinen Nachfolger und Konkurrenten Meyerhold, die waren dann auf gleichender Ebene. Und dann kam ja irgendwann die Sowjetunion und dadurch brach ja eh der Kontakt dann so zum Westen ab. Und so war es bei uns auch im Krieg. Also durch Danke Adolf war es natürlich so, dass die ganze Intelligenz ja oder, sag ich mal, die kreativen Schichten des Volkes natürlich geflüchtet sind oder umgebracht wurden. Und deswegen war auf einmal so die, ja sag ich mal, die Väter oder die am meisten und Mütter, die am meisten Ahnung haben von der Kunst des Schauspiels, sie waren weg. Und das wurde ja nur noch für Propagandezwecke missbraucht. Und somit sind die geflüchtet zum großen Teil auch in Amerika. Und die Amerikaner haben das Method Acting, das sogenannte eben weiterentwickelt. Und dann nach dem Krieg war bei uns natürlich Brachland, ein kulturelles Brachland. Und die Amerikaner haben das schön und fleißig weiterentwickelt. Und wir in Westdeutschland, wir hatten halt vor allem Kontakt zu Amerika. Und die in Ostdeutschland hatten vor allem Kontakt noch zu Russland und zu der russischen Schauspielmethode. Und ja, und das hat sich so einigermaßen mehr oder weniger gut dann fortgesetzt. In Deutschland waren alle so, uh, Method Acting, uh, Strasburg. Ja, weil in Deutschland, in Westdeutschland, hatten wir vor allem die Entwicklung des Regie-Theaters, was sehr Bertolt Precht mäßig war. Also sehr performativ, sehr auf Akzent, gar nicht so sehr auf Gefühle und das wirklich menschliche Sein. Und ja, das war so ein bisschen das Regie-Theater, das davor herrschte, bis es dann auch wieder zu Wiedervereinigungen kam. Und dann kamen natürlich ganz ein Stanislavski-Schauspieler des Ostens. So und auf einmal, uh, Schauspiel war wieder anders. Und jetzt allmählich kommen wir wieder auf, allmählich zu einem internationalen Niveau. Und deswegen war das einfach für mich als Schauspieler auch so, dass ich mich nicht so aufgehoben gefühlt habe, so in Westdeutschland, schauspielerisch und kulturell und filmetechnisch. Und habe dann eben meine Mentorinnen in den USA gefunden, eben Susan Betzen und dann Ivana Jabbak, weil die natürlich das alte, gute Schauspiel weiterentwickelt haben, beziehungsweise also Fortbestand haben halten lassen. Und dann habe ich das dort studiert, dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und dann waren alle so, ja, Bayer, erzähl doch mal, was hast du da gelernt? Ja, das ist irgendwie anders als bei uns, weil in den deutschen Schauspielschulen wird das bis heute nicht unterrichtet. Bis heute ist das so, dass das sogenannte Method Acting oder eben Stanislavski oder wie gesagt, das von innen nach außen, dass das nur rudimentär behandelt wird, leider. Und deswegen, weil es ist eigentlich sehr einfach und sehr systematisch, das ist gar nicht so Method, das alte Method Acting, oh, ich muss drei Monate im Rollstuhl fahren, wenn ich einen Rollstuhl spiele, so ist das heute nicht mehr. Es geht alles sehr viel schneller, sehr viel einfacher. Es ist ein einfaches System. Und das bringe ich quasi von Amerika wieder zurück nach Deutschland. Und die Leute hier finden das ja offensichtlich super spannend, ne? Weil es extrem effektiv ist, weil es wahnsinnig authentisch ist im Spiel und weil es einfach Substanz hat, ja. Mega. Was ich noch fragen wollte, du hast jetzt eben gesagt, hey, wir sind jetzt so langsam auf einem internationalen Niveau, was so dieses Schauspiel angeht. So langsam. Was denkst du, woran das liegt, dass manche Länder weiter fortgeschritten sind als andere? Weil, wenn ich mal indische Filme zum Beispiel als Beispiel nehmen darf, hast ja garantiert schon mal welche gesehen, wo dann irgendwie ganz schlechte, meiner Meinung nach ganz schlechte Animationen dabei sind und ganz schlechte Sachen mit Greenscreen und Explosionen und die Leute fliegen dann eine halbe Stunde gefühlt durchs Bild. Wie siehst du sowas? Woran liegt das, wenn Leute vielleicht nicht so entwickelt sind, was dieses Schauspiel angeht? Liegt das an den Vorlieben von den Ländern? Liegt das an den Menschen selbst? Es liegt immer am kulturellen Umfeld des Landes natürlich. Also wie wichtig ist Kultur? Wie frei ist Kultur? Was haben wir für ein Kommunikationsverständnis? Also ich bin überhaupt kein Bollywood-Experte und es interessiert mich auch nicht. Aber für die Inder ist das ja anscheinend ganz toll. Während hingegen jetzt in Japan oder in Korea, also wirklich in vielen Teilen Asiens, wird wirklich das Kino und Schauspiel extrem weiterentwickelt. Wirklich toll. Das vergessen wir hier fast so ein bisschen. Und in Amerika, da ist einfach diese gute alte Tradition, da haben die einfach gemerkt, man kann auch wahnsinnig viel Geld machen, man kann auch Propaganda machen. Also die Propaganda innerhalb Amerikas war auch durch Hollywood schon in den 50ern und bis heute. Das vergisst man auch manchmal. Und die Russen waren natürlich auch interessiert, also zu sowjetischen Zeiten und mit Putin vielleicht noch mehr, dass da natürlich Propaganda auch damit gemacht wurde, Geld gemacht wurde, die Wirtschaft angekurbelt wurde. Und es war so, dass, sage ich mal, die anglikanischen Staaten, jetzt England, Amerika, die haben natürlich begriffen, hey, das ist ein interessanter Markt. Und dadurch, dass bei uns in Deutschland, also durch, schon alleine, dass wir den Krieg verloren haben und dann hatten wir natürlich die Alliierten da und dann ist es so, dass wir die öffentlichen Fernsehsender eingeführt haben, damit nie mehr sowas passiert wie Hitler und dass das alles irgendwie kontrolliert ist. Das heißt, wir haben so ein System des staatlichen Fernsehens, das ja bis ins Kino hineingreift. Das heißt, bei uns ist eigentlich das Fernsehen eh finanziert durch den Steuerzahlern, durch die Zwangsrundfunksteuern, die wir haben in Deutschland. Und deswegen ist das, ja, das Geld ist ja sowieso immer da, wir versuchen es möglichst günstig zu machen und wir müssen gar nicht auf dem internationalen Markt konkurrieren. Das ist zwar gut, wenn wir dann die Steuerzahlen sagen können, ja, verkauft sich nicht schlecht, irgendwie so, also Stürm der Liebe zum Beispiel wird in 25 Länder verkauft. Also, oder Rosenheim-Cops sind auch super erfolgreich oder Derrick war super erfolgreich, aber im Kino können wir nicht mitspielen. Im Film auch wenig, also ausnahmemäßig. Auch wenn wir jetzt gerade Oscars bekommen haben für Invest nichts Neues, aber Invest nichts Neues war, eben ohne Staatskosten, ohne die Redaktion und ohne die Förderungen finanziert. Das hat er irgendwie auf eigener Regie vor allem gemacht, vor allem eigene Produktion, also soweit ich weiß. Weil es ist nämlich so, dass durch dieses staatliche Förderungssystem, was noch aus dem Zweiten Weltkrieg, durch die Alliierten und damit wir nicht, damit wir die Medien in der Kontrolle haben, es ist eben alles staatlich kontrolliert und deswegen sind wir gar nicht so im freien Markt und wollen damit erfolgreich sein und Geld verdienen. Wir hätten es zwar gerne, weil es schick ist, aber damit muss nicht wirklich Geld verdient werden. So wie Amerika dann nicht wirklich Geld verdient oder England wirklich Geld verdient, obwohl die auch ein staatliches System haben, was ein bisschen anders ist als unseres. Genau, und deswegen ist es so, dass wir in den internationalen Märkten gar nicht so mitreden können, auch dieses Niveau nicht erreicht haben. Dass wir sagen können, so bäm, wir haben auch, also klar können wir das nicht so aufwendig machen, kostenmäßig wie Hollywood, aber wir können natürlich trotzdem, könnten trotzdem geniale Geschichten schreiben. Weil eigentlich ist Drehen nicht teuer. Eigentlich sind spannende Filme nicht teuer. Es geht um die Idee dahinter. Und da fehlt uns einfach das Handwerk. Uns fehlt das Handwerk in Deutschland. Die Drehbuchautoren sind nicht mehr so gut, die Regisseureausbildung ist nicht so gut. In Amerika und in Russland ist es zum Beispiel so, dass die Regisseure erst mal Schauspiel studieren und dann Regisseure werden, damit sie wissen, wie sie mit den Schauspielern reden. Und damit sie wissen, wie das ist, wenn man vor der Kamera ist. Naja, deswegen sage ich, wir sind noch nicht so ganz auf der internationalen Höhe. Deswegen ist es ja umso besser, dass du das den Leuten jetzt zumindest im Schauspiel mal näher bringst. Apropos, um hier mal eine gescheite Überleitung zu finden, du schulst ja auch unsere Teilnehmer. Also du machst einen Live-Call bei uns, du coachst unsere Teilnehmer. Da hast du ja auch zwei Welten. Du hast auf der einen Seite deutsche Kinogrößen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Elias Embaring, Jessica Schwarz, andere Namen? Emilia Schüle, Janis Nieböner, Jonathan Berlin, Antoine Manot, also Fall für zwei. In was für Serien haben die Leute so mitgespielt oder aus der Filme, die man so kennt? Der Fall für zwei, jetzt Antoine Manot, Emilia Schüle hat gerade Marie Antoinette für eine internationale Produktion, also für staatliche Fernsehen Frankreich, für die BBC, in England gespielt. Janis Nieböner macht gerade eine riesige internationale Produktion, im Mittelalter quasi, fast eine Fantasy-Produktion, großartig. Jonathan Berlin hat gerade eine Netflix-Serie gemacht über ein Flüchtlingsproblem auf einem Kreuzfahrtschiff. Jessica Schwarz hat ständig, macht jetzt gerade wieder Fernsehen, aber davor hat es einen ganz tollen Kinofilm gedreht, der jetzt glaube ich dann erst rauskommt. Name it. Deswegen, also ja, ich habe viele tolle Klänge und bin ganz stolz auf die, muss ich sagen. Darfst du auch sein, sind ja auch wirklich mit die bekanntesten Leute überhaupt. Also bei uns hier national, kennt die ja so gut wie jeder. Wenig auf jeden Fall sofort gekannt hat, weil hier ist in Barik auch wegen Türkisch für Anfänger, weil meine Freundin das zum Beispiel super gerne geschaut hat und das spricht ja absolut auch für die Expertise und so und was du da machst. Gleichzeitig hast du bei uns jetzt im Training natürlich viele Leute, vielleicht auch den einen oder anderen, der jetzt gerade eben zuschaut, der sagt, boah, ich habe noch nie was geschauspielert, ich habe noch nie irgendwas gemacht, ich war nie vor der Kamera, ich war nie vor dem Mikro, ich habe nie im Theater gespielt. Wie ist das für dich, so mit diesen zwei Welten zu arbeiten? Wie ich schon gesagt habe, für mich sind es gar nicht so zwei Welten, sondern es sind für mich in allererster Linie Menschen. Und wie ich auch vorher gesagt habe, Kinder sind von klein auf, können die spielen. Also weil die spielen in der Fantasie, sie können ihr Verhalten ganz bewusst lenken gegenüber einer Mutter oder einem Vater, wenn sie jetzt nicht die Süßigkeiten bekommen, dann einfach rein, dann tut sie so, als würde sie sterben. Das ist Schauspiel. Also die Kinder wissen das nicht bewusst, aber das ist Schauspiel. Oder sie werden total sauer und aggressiv. Also das heißt, jeder Mensch kann das eigentlich. Es ist dann nur so, dass wir aufgrund der Sozialisation das verlernen. So, und jetzt ist es so, wenn ich jetzt mit professionellen Schauspielern arbeite, die schon viel Kino- oder Fernseherfahrung haben oder Theatererfahrung haben, dann ist es so, dass wir natürlich schon die Fachbegriffe kennen und dass das natürlich alles ein bisschen effektiver und schneller ist. Also ich muss da nicht nochmal das ABC erklären. Ich muss da nicht bei Adam und Eva anfangen. Was ist Imagination? Was ist Emotional Memory? Was ist eine Personalisation? Die wissen das. Ja, also das sind so ein paar Begriffe sind schon hängen geblieben bei allen Profis. Und da kann ich eigentlich immer ganz gut drauf aufbauen. Aber es ist ja grundsätzlich so, dass ich immer mit den Archetypen arbeite, mit all meinen Klienten, auf Nachfrage auch bei den Teilnehmern von der Golden Voice Academy. Aber ansonsten in der Gruppe ist es so, wir arbeiten natürlich mit Texten. Wir arbeiten mit Texten und dann schauen wir einfach, was können wir daraus machen? Wie können wir die am besten wiedergeben? Und dann gebe ich den TeilnehmerInnen natürlich Anleitungen oder Hilfen oder Stützräder quasi mit. Wie kommen sie an die Gefühle ran? Wie können sie es authentischer machen? Wie können sie es überzeugender machen? Wie kommen sie wieder näher zu sich selber? Das heißt, so läuft dann im Grunde auch so ein Live-Collab. Also du hast dann quasi einen Text und dann kommen Leute her und sprechen vor oder wie muss man sich das vorsprechen? Also vorsprechen in dem Sinn, also vorsprechen muss niemand, weil es sind ja alle dabei. Vorsprechen im Schauspiel heißt immer, man bewirbt sich für etwas. Nee, es ist so, dass wir erst mal anfangen, nun läuft der ja schon länger, aber dass wir anfangen, dass wir immer an Texten arbeiten. Wir haben Gedichte, wir haben kurze Szenen, Schauspielszenen. Wir haben auch schon so gemacht, dass man ein Lied singt. Einfach nur nicht, damit man ein toller Sänger ist oder wer singt am besten, sondern einfach nur, dass man sich äußert, dass man sich veräußert, dass man sich zeigt, dass man laut gibt, dass man Ton gibt, dass man über seine Grenzen geht, dass man sich ausprobiert. Und das ist eigentlich so, das worum es geht, dass wir an Texten arbeiten, an Szenen arbeiten, um zu schauen, wie kann ich was ausdrücken, um sich einfach auszuprobieren. Und ich gebe dann dazu eben die Hilfen, wir analysieren die Szene, wir machen Akzente, Betonungsakzente drauf, also so, dass es für jeden greifbar wird, dass der Text dreidimensional wird, dass es nicht einfach nur abgelesen ist, weil das ist langweilig. Wer soll dafür Geld ausgeben? Weil dann kann es auch Tante Helena machen. Also deswegen, dass das lebendig wird. Daran arbeiten wir. Und dann ist es so, dass ich natürlich mit allen Teilnehmerinnen, wir sind ja eine Kollektive quasi, dass wir besprechen, so worauf hättet ihr denn Lust? Mal wieder einen lustigen Text oder wollt ihr einen ernsten Text? Wollt ihr was Dramatisches? Also wollt ihr Gedichte oder so? Dass wir einfach da so drüber reden. Also es scheint demokratisch zu sein. Ich bestimme dann schon, was wir letztendlich machen. Aber ich mache das natürlich in Verabredung mit dem Teilnehmerinnen. Und es scheint denen ja offensichtlich auch so gut zu gefallen. Denen gefällt es richtig gut. Ich kriege so liebe Mails und ich bin vor allem begeistert, dass alle so mit Herz und Seele dabei sind, wirklich über ihre Grenzen gehen, wirklich Spaß haben. Und ja, das ist wirklich für alle sehr schön. Mega so. Der Matthias hat auch von der Sieglinde, deswegen liebe Grüße auch an die Sieglinde, wenn du das anschaust, ein kleines Geschenkchen bekommen. Und sowas ist halt pure Wertschätzung. Ja, ich habe auch schon eine Reitgärte bekommen, weil ich immer schon gesagt habe, manchmal hätte ich am liebsten eine Reitgärte und würde in meinen Workshop... So eine Peitsche? Eine Peitsche hat man beim Reiten so eine Gärte, einfach so ein bisschen so anzuklopfen, das Pferd zu motivieren. Weil ich sage, manchmal hätte ich das am liebsten im Coaching, aber es geht natürlich nicht. Aber dann symbolisch als Spaß habe ich das dann geschenkt bekommen. Also im Endeffekt, das ist halt eine supergeile Community auch. Also die Leute, die haben alle Bock. Und du siehst ja dann auch die Fortschritte von den Leuten. Ja, und ich bin auch ganz stolz. Also ich sage, naja, zu den Leuten, wenn die einen Regiolekt haben, wenn der zu stark ist, dann holt euch einen Sprechlehrer oder macht einfach die Sprechübungen. Ihr müsst dann arbeiten. Und dann werden die wirklich auch besser. Also ich merke und höre schon, wenn die TeilnehmerInnen wirklich an sich arbeiten. Und ich merke, dass die einfach natürlich effektiver, gebildeter rangehen an die Projekte. Ich merke die Verbesserungen. Und das macht mich wirklich stolz. Mega. Richtig geil. Gut, Leute. In dem Sinne, Matthias, das war ein richtig geiles Interview. Das hat mich sehr gefreut. Und wenn ihr auch Bock habt von einer absoluten Koryphäe des Schauspiels, und wenn es die anderen immer Koryphäe, dabei bist du selber eine, hier einfach auch mal was zu lernen, dann geht jetzt auf www.goldenvoiceacademy.de und tragt euch ein zum kostenlosen Beratungsgespräch. Und in dem Sinne, heute Abend gibt es erstmal Sushi. Und wir machen uns jetzt erstmal noch einen schönen Tag. In dem Sinne, bis dann. Tschüss.